Evernote erscheint in einem völlig neuen Gewand und heute will ich dir die iOS-App vorstellen. Bevor du jetzt sagst, Thomas, ich habe kein Smartphone oder kein Tablet von Apple, in Kürze kommen auch die Updates zu Android, zu macOS und zu Windows. Und Evernote hat versprochen, alles wird auf allen Plattformen ziemlich gleich aussehen. Ob so ist, werden wir erst in Zukunft überprüfen können, aber ich werde dir hier auf jeden Fall das iOS-Update, also für Smartphones und für Tablets von Apple, vorstellen. Und es gibt einige spannende Neuerungen von Evernote. Also rutschen wir gleich rein in dieses Video und damit Pallo und herzlich willkommen. Evernote, wer mich kennt, weiß, ich bin großer, großer Evernote-Fan. Ich sage aber auch immer dazu, Evernote nervt mich an einigen Stellen unheimlich. Evernote ist zwar mein zweites Gehirn, aber mit der Funktion, mit der intuitiven Behandlung dieser App, ja, da ist es sehr, sehr weit hergeholt. Deswegen hat Evernote, das muss man auch offen und ehrlich sagen, in letzter Zeit doch einige Kunden auch verloren. Das soll jetzt mit den neuen Updates der Vergangenheit angehören. Ob das gelungen ist, das werden wir uns ansehen auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann ich dir nur sagen, mich hat zum Beispiel der Editor von Evernote zu Tode genervt oft. Und ich bin aber trotzdem bei Evernote geblieben. Und das aus einem einzigen Grund, die absolut geniale Suche. Kein anderes Tool kommt an die Evernote-Suche heran. Und das ist ja wirklich ein wichtiges Feature. Vor allem, wenn man, wie ich, schon über 6.000, glaube ich, sind es mittlerweile oder knapp 6.000 Notizen in Evernote gespeichert hat. Deswegen habe ich Evernote bisher die Treue gehalten. Und ob ich auch das auch in Zukunft tun will, das entscheidet sehr viel, dieses Update mit, das wir uns jetzt genau ansehen. Ich habe es schon länger in Verwendung. Es ist erst erschienen jetzt am, glaube ich, 16. September ist es erschienen abends. Und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Denn es ist eine Rundum-Erneuerung. Und ob das gelungen ist, sehen wir uns jetzt an. Was ist denn jetzt an dieser App alles verbessert worden? Erstens mal Verbesserungen unter der Haube. Evernote ist mittlerweile 16 Jahre alt. Ein 16 Jahre altes Notiz-Tool. Und hat als ganz, ganz kleines Notiz-Tool begonnen. Und in diesen 16 Jahren viele, viele Features dazu bekommen. Also, das ist so jetzt ungefähr. Und den Motor von Evernote, den hat man im Prinzip nie ausgetauscht. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen Pkw baust. Und einen Motor von einem Pkw baust. Und dann den immer mehr beladest und eigentlich zum Lkw umbaust. Aber der Motor, der ist eben noch immer von einem Pkw. Und genauso war es mit Evernote in den vergangenen 16 Jahren. Deswegen hat sich der neue CEO von Evernote, Ian Small, mal zur ersten Mal dran gemacht, alles unter der Haube zu verbessern. Schnelligkeit, intuitive Handhabung und vieles, vieles mehr. Das wurde alles vollkommen neu aufgesetzt. Und genau das war immer das Problem von Evernote eben, dass das nicht der Fall war. Und ich kann jetzt schon eines sagen. Es ist absolut gelungen. Die Evernote-App ist extrem schnell, ist jetzt intuitiver, als sie vorher war. Vielleicht gibt es noch ein bisschen, ein paar Kleinigkeiten zu ändern. Aber ich bin mir sicher, es kommen auch noch ein paar Updates dazu. Das ist jetzt mal das Core-Update. Keine Frage. Und Evernote ist wirklich, wirklich absolut top jetzt in der Handhabung, in der Schnelligkeit. Und das ist wirklich genial. Und unter der Haube die Verbesserungen, da kann ich jetzt mal nur sagen, absolut top geworden. Was sie noch gemacht haben, sie haben die Benutzeroberfläche verändert. Die soll jetzt in allen Programmen gleichgestaltet sein. Also wenn du ein Android-User bist oder wenn du dann macOS-User bist oder wenn du Windows-User bist, soll überall alles gleich aussehen. Wir können es noch nicht überprüfen, weil ja nur die iOS-App im Moment fertig geworden ist. Aber es wird sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass es gleich wird. Natürlich auch für mich. Ich drehe Tutorials zu Evernote. Dann brauche ich nur eins drin, nämlich für macOS. Und das gilt dann für alle. Okay, aber das soll zukünftig kommen und auch das natürlich absolut top. Dann ein besserer Editor. Dankeschön Evernote. Meine fliehenden Rufe in Silicon Valley wurden erhöht. Also erstens mal, es ist keine Kunst, diesen Editor besser zu machen, weil der war absolut grottenschlecht. Und ich kann es jetzt schon vorwegnehmen, sie haben ihn besser gemacht. Du kannst jetzt viel, viel besser Texte formatieren. Das war in der alten App eine Graus. Es war umständlich und nervig, Dinge am Smartphone vor allem zu verändern. Und ich habe das immer vermieden. Jetzt ist die Bedienbarkeit des neuen Editors wirklich, wirklich viel, viel besser. Keine Frage. Auch hier ist noch ein wenig Luft nach oben, aber viel, viel besser als sie vorher war. Und du kannst jetzt wirklich noch Dinge im Editor auch online am Smartphone wirklich bearbeiten. Und das macht jetzt alles viel, viel mehr Sinn. Ich sage, im Bereich Editor ist trotzdem noch Luft nach oben. Da gibt es Tools, die haben noch immer bessere Editoren. Ich hoffe, dass Evernote an dem Thema dran bleibt. Deswegen gibt es hier so ein, naja, mal viel besser als vorher, aber top ist es noch nicht. Also so viel zum Editor. Und dann eines, was mich wirklich verwundert hat, als Evernote das ausgeschrieben hat, eine noch bessere Suchfunktion. Eine noch bessere Suchfunktion. Denn ich, für mich, war die Suchfunktion von Evernote schon absolut top. Sie haben aber jetzt einiges wirklich noch verbessert. Und zwar gibt es jetzt die Suchvorschläge in Echtzeit. Die kennst du vielleicht, wenn du in der Google-Suche was eingibst. Also dass da in Echtzeit Vorschläge gegeben werden. Tippfehler werden ab jetzt erkannt und korrigiert, mehr oder weniger. Also da kannst du jetzt in der Suche ruhig einen Tippfehler reinschmeißen. Evernote erkennt, was du gemeint hättest. Und sucht dir, wie Google, schon die richtigen Sachen heraus. Auch genial. Ergebnisse werden nach Personen angezeigt. Und vieles mehr. Also auch bei der Suche ist wirklich Neues dazugekommen. Und da kann ich nur sagen, top, 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 absolut mega, was da passiert ist. Wo du enttäuscht wirst, und das hat der Ian Small aber auch nicht angekündigt und war in keiner Angekündigung. Aber wenn du neue Features von Evernote erwartet hast, dann bist du mit diesem Update enttäuscht. Das gibt es nicht. Sondern es wurde unter der Haube, es wurde die Suche, es wurde der Editor. Das wurde alles verbessert. Aber es gibt jetzt keine neuen Features. Ian Small hat aber in einem Webinar für Influencer, kann man sagen, von Evernote, hat versprochen, in den nächsten Monaten, er hat sich nicht festnageln lassen, aber in den nächsten Monaten kommen auch spannende neue Features. Er hat so erklärt, jetzt haben wir mal diesen neuen Motor. Und dieser neue Motor macht auch unheimlich viele neue Features möglich. Und daran wird jetzt gearbeitet. Er hat sich nicht mal festnageln lassen, ob heuer 2020 noch was kommt, aber er hat es nicht ganz ausgeschlossen. Also, vielleicht kommen neue Features von Evernote auch demnächst. Jetzt in diesem Update sind sie auf alle Fälle nicht dabei. Was ist jetzt meine generelle Bewertung zum neuen Evernote iOS? Eine sehr gute Leistung. Gratulation an das Evernote Team. Natürlich, das eine oder andere Haar in der Suppe kann man schon noch finden. Aber ich nehme mal an, es kommen noch weitere kleinere Updates dazu, die dann auch diese kleineren Probleme lösen werden. Die App ist ab sofort im iOS Store erhältlich. Du kannst sie ab sofort installieren. Und ja, kannst dort wirklich spannende neue Erfahrungen, Nutzungserfahrungen mit Evernote sammeln. iOS, also die App heißt 10.0, also schau auf das auch auf alle Fälle. Und während du Evernote installierst, da könntest du dich über den Zeitkiller Nummer 1 informieren und mehr dazu erfährst du unterhalb dieses Videos. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.